Du hörst die Folge 253 von Erschaffe die beste Version von dir. Für Menschen, die aus jedem Tag einen besseren Tag machen wollen. Happy Birthday to you. Happy Birthday to you. Happy Birthday. Okay, okay, okay. Ich weiß, da geht noch was. Moin! Ich feiere heute Geburtstag. Also nicht meinen, sondern den des Better Day Podcast, der neuen täglichen Morning Show von und mit mir. Ab heute gibt es Podcast von mir nicht nur einmal in der Woche, sondern jeden Tag. Mit Ideen, Fundstücken, Impulsen und Gedanken. Natürlich hat das immer im weitesten Sinne was mit der besten Version von dir zu tun. Oder auch mit der besten Version von deinem Tag, von jedem Tag. Ich will gar nicht lange rummachen. Schalt doch einfach rüber. Die erste Folge ist ab jetzt, ab sofort für dich da. Natürlich überall da, wo es Podcast gibt. Sollte jedenfalls so sein. Der Titel? Better Day. Gesunder Lifestyle und mehr. Also, geh auf die Suchfunktion in deiner Podcast-App und suche nach Better Day. Oder einfach nach Ralf Bohlmann. Findest du schon. Und dann gleich auf Abonnieren klicken, damit du keine Folge verpasst. Wenn du magst, darfst du mir auch gerne deine 5-Sterne-Bewertung da abgeben. Also, wir hören uns drüben. Bis gleich. Dein Ralf Bohlmann. 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 Dein Ralf Bohlmann.